Hallo liebe Freunde und Angelfreunde. Ich bin heute angeln in Melkiner Donau und konnte diese schöne Baube fangen. Die ist wirklich schön, hat kräftig gezogen. Ist ein natürlicher Donaufisch, der auch wieder zurück in die Donau kommt. Mir gefällt die Bauben super und das sind jetzt die ersten Bauben für diesen Jahr und wunderschöne Fische.